Und nun ist es mal wieder Zeit für Assi Reviews mit Baron Wilhelm von Assi. Heute... Dreamland on. Yo, 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 das ist das geilste Makerspiel, das ich je mal im Leben gespielt hab. Also, da ist dieser Typ und der rennt für irgendwas weg. Und dann kommt er in so ein Raum und irgendwas verprügelt ihn da. Und am Ende sieht man den Raum von außen und da kommt voll das Blut unter der Tür durch. Das ist wie wenn ich auf der Diskotoilette wieder ne Schlägerei hatte. Da liegt am Ende auch immer einer auf dem Boden und blutet alles voll. Und in der Regel bin ich das. Und dann ist da dieser Typ namens Brad und der hat nen Kollegen namens Carol. Entweder das ist ein Typ, der heißt wie ne Frau, oder das ist ne Frau, die aussieht wie ein Typ. Und beides ist voll schwul. Und dann kommt Brad so nach Hause und hört seine Frau so, wie die gerade vom Typen gebumst wird. Und dann dreht er voll durch und sagt sich so, Näh, die zwei störe ich jetzt nicht, ich geh so lange eintrinken. Dieser Brad ist voll die Lusche. Ich wär da hoch gegangen und hätte dem Typ das Arschloch aufgezogen. Und wäre am Ende blutend auf dem Boden vom Badezimmer gelegen. Und dann sind da diese Typen namens Seth und Carter und das sind voll die Gangster. Zwar bedeutsam weniger coole Gangster wie ich, aber immerhin Gangster. Und die kommen also in die Kneipe in der Brad gerade sitzt und machen alles platt. Und wie Brad dann so flüchtet, findet er in so ne komischen Freak statt. So ein komisches Herz rumliegen. Und dann... Dann folgt der erste von gefühlten 120.000 Schnitten in der Story. Sie können sich denken, wie leicht man da mitkommt. Und dann so Carter so, hey Seth wir haben noch zu wenig Kohle. Und dann Seth so, ja gut dann besorge ich noch welche. Und dann zieht er dann so los und dann findet er tatsächlich Zombies. Und dann findet er so einen schwarzen Monster Roboter. Und in dem sitzt ein Tussi drin. Und die reißt den Roboter dann so auf und dann so... Ich töte dich! Und dann sieht man wieder Brad, wie er sieht wie seine Alte erschossen wird. Und plötzlich ist er in der Bibliothek. Und da trifft er so ne Tussi namens Ryan Noah. Und sie erzählt so, dass ihr Macker gerade getötet wurde. Und sie als einzige Überlebende noch dahergekommen ist. Und sie will andere Überlebende suchen gehen. Und will dann in so einen Kanal. Hat aber keinen Schlüssel. Und muss den Schlüssel suchen. Das ist übrigens die erste von gefühlten 120.000 Schlüsselsuchen in diesem Spiel. Merkt euch Kids, wenn euer RPG noch zu kurz ist. Baut einfach ne Schlüsselsuche ein. Und um den Schlüssel zu suchen, geht die in so ein Hotel. Und da ist alles dunkel, weil irgend so ein Arsch das Licht ausgemacht hat. Und irgendwann kommt die aus dem Hotel wieder raus. Und kann dann doch in den Kanal. Und landet in so einem Fahrstuhl. Und fährt damit ganz nach unten. Und spätestens an dieser Stelle habe ich mich gefragt, ob ich Drogen genommen hatte. Hatte ich nicht. Aber ich wünschte, ich hätte es getan. Und jetzt geht's mit Kater weiter. Der geht an so ne Hütte. Und dann wird er von so einem Hund angefallen. Und der Hund so... Und dann geht er so Kater an den Arm so... Und der dreht voll durch. Und hackt sich den Arm voll ab. Und im Haus ist ein Spiegel. Und da sieht er sich selbst. Und dann sieht er, wie er so ne Tussi voll vergeblich anmacht. Ha! Voll die Lusche, man! Und als er dann in dem Haus alle Schlüssel gefunden hat. Damit er auch in die Räume reinkommt. Kommt er an so ein Kistenschieberätsel. Übrigens nur eines von gefühlten 120.000 Kistenschieberätsel in dem Spiel. Denkt dran Kinder. Wenn euer RPG trotz vieler Schlüsselsuchspiele noch nicht lang genug ist. Dann baut einfach noch ein paar Kistenschieberspiele rein. Es macht das Spiel unheimlich viel interessanter. Und dann findet er so zwei Frauen. Und die zerreißen ihn. Und dann ist Carter futsch. Und dann geht's wieder zu Seth. Und er findet so ein kleines Mädchen. Und dann gibt's wieder voll die Rückblenden. Und irgendwann will er zurück in die Stadt. Aber er hat den Schlüssel dafür nicht. Natürlich nicht. Und dann ist man wieder bei Brad. Und Brad findet so ein Casino. Und dann wird er von so einem Revolutionsfritzen angegriffen. Ich werd ständig auf dem Marktplatz von so Hobby-Revoluzern angegriffen. In der Regel hab ich's auch verdient. Und dann läuft er so ein endlos langen Gang runter. Und muss dann vor Zombies flüchten. Und muss wieder Kisten schieben. Und die Kisten verschwinden. Und dann hat er wieder den Gang mit vielen Türen. Die diesmal sogar offen sind. Muss ich mich darüber noch lustig machen. Und dann trifft er wieder auf Rhynoa. Und die finden Seth. Und dann trennen sie sich wieder. Und dann wird Brad die Zunge rausgeschnitten. Ne Moment das war Seth. Und dann kommen dann noch zwei so Latino Gangster dazu. Und alle zusammen fahren dann mit der U-Bahn aus der Stadt raus. Und in der U-Bahn wird man von so Monster-Mörder-Viechern angegriffen. Und geht Game Over. Es ist übrigens nur eins von gefühlten 120.000 Mal in denen man Game Over geht. Das Spiel ist wirklich eine Herausforderung gewissermaßen. Und wie die dann aus der U-Bahn raus sind. Ganz ehrlich. Wenn ich euch das jetzt auch noch erzähle. Bekomme ich heute Nacht Albträume. Nicht weil das Spiel zu gruselig war. Sondern weil ich mich dann ans Gameplay erinnern werde. Und am Ende vom Spiel wusste ich zumindest eins. Nämlich wie man ein fett geiles Action-Kampf-System macht. So nämlich nicht. Ich bin Baron Wilhelm von Assi. Und jetzt gehe ich mir erst mal einen Job suchen. Ey! Hat jemand einen Job für mich? Mann, ey! Oder habt ihr wenigstens eine Ahnung in welcher Truhe mein Hausschlüssel ist? Ich kann ihn nicht mehr finden, Mann! Ja! 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 Amen.